Ich bin aber komplett du, ja? Nicht Squad. Wir spielen Duo. Weil wir haben hier Leute. Komm. Okay. Hab einen ausgenockt. Hab einen Kill. Hau rein. Da kommt einer. Hinter dir, hinter dir. Müsste hart angehittet sein. Yo, nice, nice, nice. War die sofort down? Ja. Bis hier drin. Ich bin oben auf dem Dach. Ja. Waren doch vier. Okay, dann ist es okay. Ja. Wir sind hier vier gekommen. Ah, hier ist noch einer. Einer ist noch hier. Oh Gott. Bei mir im Haus. Am Haus. Genau, hier in den drinnen. Nein. Der ist oben. Oben rein. Mhm. Ich hab nur noch, ähm, fünf Schuss. Der muss hier dran sein. Halt. Oh. Er ist runtergesprungen. Hat er uns ausgetrickst, der Sack? Nee. Vielleicht läuft er jetzt hoch zu den Häusern. Ja, wo du jetzt bist. Er ist oben, oder was? Nee, jetzt vielleicht... Hä, wo ist der hin? Ausgelockt. Ja, aber selbst dann würden wir ja irgendwo stehen sehen. Nein, hier ist er nicht. Ja. Bei mir, bei mir. Hab zwei Schüsse verfehlt. Komm mal. Alter, klaust du mir den Kill, oder was? Sorry, ich wollte dir helfen, Mann. Nachher bist du noch gestorben, oder so. Mann, jetzt steh ich wieder da mit einem Kill, weißt? Ach, nein. Ja, sorry, dass ich auch mal vielleicht noch was... Nee. ...einen Kill bekommen möchte. So, was haben wir denn hier jetzt noch? Boah, ich hab ne Pfanne gefunden. Ja, ich schon lange. Ach so. Was, was du isst, was denn? Weintrauben. Wer? Ich fang gleich an zu weinen. Weißt du, André isst eine Pizza und er isst eine Weintraube. Ja. Ich hatte heute eine Suppe. Okay. Und zu mir sage ich wohl, gut. Aber eine scharfe Suppe. Eine scharfe Suppe für einen scharfen Kerl. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Jetzt die Frage, selber gemacht? Äh, ja. Tatsächlich schon. Ja, einmal reingespuckt und geb ihn. Mit Fischköppen kann man nicht reden. Kann nicht. Zum Bierkrug erst rechnen. Ja. Ja, wir sind halt immer besoffen. 24-7 durchgehend. Ein Hoch auf die internationale Getränkequalität. Schnee hart, Mann. Ich will auch. Ich will auch. Was? Eine Teewurststulle. Boah. Alter. Nee, ich glaube, also ich habe noch ein bisschen Suppe. Wenn ich dann aufhör zu streamen, gönne ich mir noch mal so richtig Suppe. Alter, Teewurst habe ich schon ewig gegessen, Mann. Der hat kein Mais abgenommen. Oh. Oh, Gott. Alter. Die Tür, Alter. Gott, ey. Also, da hinten kommt halt auch ein Drop runter. Ich hätte fast geschossen, Mann. Dann wäre ich enttäuscht. Da läuft ein Spieler. Ein Spieler. 210. Und er dreht wieder um. Der hat dich gesehen. Na, okay. Er rennt zu seinen Mate. Warte, warte, warte. Die legen sich jetzt beide hin. Okay. Einer rennt vor. Der andere bleibt liegen. Ich würde sagen, wir schießen auf den, der liegt. Und der, der läuft. Feuer? Feuer frei? Ja, der kommt zu uns. Was hat denn jetzt passiert? Bei mir. Bei mir auch. Äh, der hat auch bei mir ein, zwei bekommen. Ok, bleib stehen. Sind jetzt bestimmt die ganzen Streamsniper. Komm, 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 komm hierher. Komm hierher. Ja, fang mal an zu schießen. schießen die anderen halt auch noch auf mich ja das sind die anderen beiden die anderen beiden die sind noch hinter den drei steinen hier 210 südwesten wahrscheinlich die leck mich am arsch da wo laufen die jungs wo 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 330 wir kamen baum jetzt an der straße ah ja ich brauch jetzt erst mal ein paar medik dinger von wohin läuft er ja okay sich auch immer dasselbe ja kenne ich nur gegen diese scheiß dinger da zone kommt kommt wir fahren mit dem auto weg komm das go äh stitz wechseln so fahr einfach direkt weg ja fahr vielleicht hier ich hab einen Hacker gemacht dann sofort da hinzufahren ja straight durch straight durch oder was gefahr des das hier akut ja stopp stop stopp 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 und dann gucken Medikit bei mir Okay, warte, ich hab noch einen Penkeler Kannst du zu mir kommen? Ja, ich hab's jetzt nicht aufgehoben Okay Wo, wo, wo? Oh mein Gott, auf an hinten Hoch, oben, oder wo? Ja, außen, außen irgendwo, außen Fuck Wo ist das Medic jetzt nochmal? Hier hinten, bei mir Ah, ich seh ihn, ich seh ihn Jolly Ding hat mir Hat die richtige Entscheidung getroffen Dankeschön Wir sind gerade in einer Notsituation Er kommt, er kommt Oh, ah, die sind, ah, scheiße Warte, warte, warte Ah, Bein ausgenockt Der ist hier, warte, warte Nicht schauen, nicht schauen Siehst du ihn da hinten am Baum Genau, nah bei uns Der ist nah bei uns Du kannst ihn umlaufen Ich riebe noch einem vor Okay, nice Geht's dir gut? Achso Ähm, du kannst mal oben Zu denen am Berg schauen Okay, nice Der hat ein Okay, alles gut Der hat einen richtig fetten Erste-Hilfe-Koffer Auf jeden Fall sind hinter uns noch Schüsse Ja, hinter uns auf jeden Fall Ja, Mann Da müssen wir aufpassen jetzt Ah, da unten, wo wir, wo wir waren Ähm, Westen Dort, wo wir waren, hab ich einen gesehen Ja, ja, sieh auch Ja, lass ihn holen, komm Der wird doch nicht so runterrushen Ja, warte, warte, bleib du da oben Ich könnte, ich hätte schießen können Hab ihn ausgenockt Okay, runter, runter Der andere Ja, der Warte, warte Ah, siehst du ihn? Kann ich schnell laufen, ich kann mich schnell laufen jetzt Was ist der andere? Ähm, die eine Hütte Westen Ah, da, 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 ja, ich sehe Mhm Okay Habt ihr einen anderen ausgenockten getötet? Ja, tötst du auf jeden Fall Der ist gleich down Ja Okay, rennt weg Der ist jetzt zu dem kleineren Haus Weiter, ähm, links Ja, da, wo sein Mate gestorben ist Na, sein Mate ist weiter hinten gestorben Beim Baum Und er rennt In die Zone Ich hab zwei Ich sag mal Okay, haben, haben, haben Hast du ihn? Okay Oh Oh, das wird eng bei dir Fuck, ja Der rückt mich rein Alter, die Tickert Eieiei Fuck Nein Nein Nee, oder? Ah Kacke Oh, shit Fuck Habe du mich auf Ah, ja Zone, Zone Schreiben sie bei mir Aber Fünf Kills immerhin Ich hab vier Sechster Platz Nice Oh Ja Wenn man zu gierig wird Stimmt, stimmt Ja Wenn man zu gierig wird So So Das sind Das sind không Ot Kiste Ja Das sind Ja Ich hab Schreiben Schreiben Ich hab Ich hab Schreiben Ich hab